einen wunderschönen guten morgen ausgeschlafen es war doch ein bisschen später los und zwar es geht um kurz vor sieben los ich habe mich vertan vertuten vertan vertan wir haben auch noch richtig viel strom auf der hütte und wie ihr seht haben wir wie viel grad haben wir jetzt gleich los ich gehe gleich raus und dann mach mal auf warte wir haben hier der herbst kommt und der winter naht na ja jetzt geht es erst mal raus ich muss aufpassen kommt da noch einer hier fahren nämlich viele fahrzeuge auf dem firmenfahrplatz nicht zurzeit nicht gut ich mach mal auf moin grüß dich so macht das einfach habe ich noch nicht probiert krieg mal alles noch hin warte machen wir es hier hin ja das ist gut sieht er aus? seht er nicht hier ist jetzt ein bisschen aber jetzt so richtig ist denn dran? so das geht das geht jetzt geht es nicht mehr stark geworden so meine haare so das geht das geht das geht das geht so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 jetzt hole ich euch hier 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.